Über die Corona-Politik aus virologischer Sicht spreche ich jetzt mit Christoph Steininger vom Wiener AKH. Guten Abend. Guten Abend. Und anschließend gleich dann über die Krisenkommunikation der Regierung mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Guten Abend. Schönen guten Abend, schön Sie zu sehen. Schön Sie zu sehen, Herr Professor. Beginnen wir mit Dr. Steininger und den virologischen Fragen. Die Regierung dreht also noch einmal an den Schrauben für die Feiertagsregelungen, aber man muss sagen, sie dreht nicht sehr fest. Am 25. Dezember darf ich, wie ich jetzt seit wenigen Minuten weiß, am 25. Dezember am ersten Weihnachtsfeiertag zehn Menschen aus egal wie vielen Haushalten treffen oder neun weitere. Am 26. darf ich das nicht. Ist das aus Ihrer Sicht in irgendeiner Weise schlüssig? Man muss sagen, dass in Österreich die Regeln ohnehin schon sehr streng sind und schon seit einigen Wochen sehr streng gehandhabt werden, vor allem im europäischen Vergleich. Und man muss ja nicht unbedingt das Kontingent von zehn Personen einhalten oder ausschöpfen. Und es liegt an uns allen, dass wir da wirklich auch noch einmal in uns gehen und uns überlegen, wo können wir weitere Kontakte reduzieren und gleichzeitig unsere Familientradition hochhalten. Kann man es vielleicht ein wenig so interpretieren, dass das ein Geschenk quasi der Regierung an die Bevölkerung ist? Ist aber aus virologischer Sicht, müsste man, wenn man sich die Zahl der Neuinfektionen anschaut, schon sagen, eigentlich wäre es besser, auch zu Weihnachten niemanden zu treffen? Ich denke, es ist ein Zeichen des Respekts, aber auch ein Kompromiss. Und wir müssen immer wieder Kompromisse eingehen in dieser Pandemiesituation. Wichtig ist, dass darauf reagiert worden ist, dass das Risiko während der Feiertage wieder ansteigt, dass man sich infiziert und dass die Infektionszahlen nach oben gehen. Und das wurde tatsächlich auch umgesetzt jetzt. Es werden sich Menschen treffen, ob sechs, ob zehn oder zwölf und sie werden sich wohl auch in geschlossenen Räumen treffen. Wie sollen sich die Menschen dann verhalten? Ja, auch hier gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Risiko reduzieren kann. Einerseits, wie schon erwähnt, dass man die Anzahl der Kontakte reduziert, soweit das möglich ist, dass man bei Kontakten Schutzmasken trägt, Abstand hält, Händehygiene einhält und sich auch testen lässt, bevor man sich in einem größeren Familienverband trifft. Es finden ja derzeit die Massentests statt, auch noch in den kommenden Tagen. Die Bundesregierung hat jetzt unmittelbar vor der Sendung angekündigt, es wird eine zweite Massentestwelle geben von 8. bis 10. Jänner. Körpernahe Berufe sollen alle zwei Wochen getestet werden. Das betrifft jetzt Weihnachten noch nicht. Also da haben wir jetzt als Momentaufnahme die kommenden Tage. Wie sinnvoll ist es denn, vor einem Treffen zu Weihnachten oder zu Silvester sich testen zu lassen? Wie schon erwähnt, das sind immer Momentaufnahmen. Das heißt, am nächsten Tag der Testung kann die Situation schon wieder anders sein. Das heißt, man kann am nächsten Tag schon infektiös sein. Das heißt, man muss die Mittel entsprechend wählen. Wenn man einen Antigen-Schnelltest wählt, muss man diesen Test zumindest am Tag des Treffens durchführen oder maximal am Tag davor. Bei einem PCR-Test hat man etwas mehr zeitlichen Spielraum. Der Bundeskanzler hat es erwähnt. Es gibt Länder, die in einen völligen Lockdown gehen über Weihnachten. Wenn Sie jetzt als Virologe sich was auch immer wünschen könnten, in der besten aller Welten sozusagen, was würden Sie dann tun, unabhängig, ob es politisch umsetzbar ist? Was müssen die Menschen tun, um wirklich die Infektionszahlen auch ins kommende Jahr hinein ganz, ganz niedrig zu halten? Ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher sind ohnehin schon sehr diszipliniert und unterstützen die Maßnahmen schon sehr weit. Da liegt es an jedem Einzelnen, dass er noch stärker in sich geht und überlegt, wo er Kontakte reduzieren kann und die Empfehlungen umsetzen kann. Zusätzlich gilt es aber auch, dass man vielleicht auf europäischer Ebene stärker zusammenarbeitet und nicht nur auf Länderebene, dass man hier Maßnahmen koordiniert und dass man auch Contact Tracing gerade jetzt weiter verbessert und optimiert. Aber die Maßnahmen, die Deutschland jetzt möglicherweise setzt, also die angedacht sind, die Schulen etwa ganz, ganz rasch zu schließen und auch die Weihnachtsferien zu verlängern, einerseits, andererseits den Handel ab dem Heiligen Abend komplett zu schließen, abgesehen jetzt von der Lebensmittelbranche, wäre das aus Ihrer Sicht effektiv? Das ist auf jeden Fall eine weitere Maßnahme, wie man das Risiko reduzieren kann und die Infektionszahlen weiter reduzieren kann, ja. Der Bundeskanzler hat heute auch daran erinnert, dass die Pandemie nicht zu Ende ist, dass das aber viele Menschen möglicherweise hoffen oder schon vergessen haben. Und er hat gesagt, es kommen harte Zeiten auf uns zu, im Jänner, im Februar, im März. Jetzt muss man sagen, wenn es dann März ist, haben wir das dann schon ein Jahr gehört. Also die Menschen werden einfach müde. Sie sind in einem Krankenhaus, Sie sehen, was sich dort abspielt. Womit rechnen Sie denn für diese Monate? Ja, und das ist ein wichtiger weiterer Grund, warum es wichtig ist, jetzt noch einmal darauf zu reagieren auf Neujahr und auf Weihnachten. Weil einerseits haben wir schon einen deutlichen Abfall der Infektionszahlen die letzten Wochen gesehen, also einen deutlichen Effekt des Lockdowns. Aber dieser Effekt ist in den Krankenhäusern nicht so ausgeprägt. Wir sehen zwar eine leichte Entspannung, aber die Infektionszahlen sind im Krankenhaus weiterhin hoch. Wir haben viele Patienten in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen. Das heißt, wenn wir hier noch eine weitere Steigerung sehen, dann kommen wir durchaus rasch an die Kapazitätsgrenzen. Das heißt, wenn wir hier noch ein paar Minuten sehen, Vielen Dank.